Hallo und herzlich willkommen beim Smart Working Newsletter. Ich bin Thorsten Jickel und ich freue mich sehr, dass auch Sie, wie über 3000 andere Leser meines Newsletters, daran interessiert sind, noch produktiver mit neuen Technologien zu werden. Dazu gibt es ja einen wöchentlichen Podcast, der heißt iPad for Productivity. Also wenn Sie den noch nicht regelmäßig hören, bei iTunes unbedingt abonnieren. Und was kriegen Sie zum Zweiten? Sie kriegen zum Zweiten, wenn Sie jetzt eintragen, sofort mein Shortbook Digital Working mit den besten Tipps für digitales Arbeiten. Und Sie bekommen einmal pro Woche immer die besten Tipps aus dem iPad for Productivity Podcast. Und wenn Apple etwas Neues vorstellt, sind Sie auch der Erste, der es von mir bewertet, für Business User des iPads sofort erhält. Deshalb jetzt hier eintragen. Ich freue mich auf Sie, Ihr Thorsten Jickel. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie.